Doktor, Alarm auf der Intensivstation, ein Patient schwebt in Lebensgefahr. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Atmung schwach. Niedriger Herzschluss. Der Puls wird schwächer. Komm schon, komm schon, leh weiter. Du darfst jetzt nicht auf... Hey, ich hab Fentackel. Und auch einen Mund. Ich bin sicher, das krieg ich hin. Auf jeden Fall. Was ein alberner Kalmar kann. Kannst du schon lange, oder? Gehen wir. Nichts für ungut. Gut, Master Deskumpel. Peachtest. Es gibt eine Kupon-Aquina. Die 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 Kupon-Aquina. Nachdem die Schlange nicht mehr ganz so gefährlich ist, darf Easton seine Fähigkeiten als Schlangenfinger an der aufgebrachten Cobra ausprobieren. Wenn Sie sich ab und zu mal einen Tag frei nehmen würden, entspannen Sie sich ein bisschen, nehmen Sie sich mittwochs frei. Hey, Roms. Hier ist nur noch ein paar Fluss. Wolf? Interessant. Oh je, kommen Sie doch. Das war doch nicht alles. Ich hab da jede Menge tolle Mediziner-Gedägen. Ich hab da keine Hausbesuche mehr. Sie sind ein berühmter Mann. Die sollten zu Ihnen kommen. Einen hab ich noch. Gesetzliche Krankenkassen. Da ist die Kohle gesichert. Kommen Sie zurück. Ja, so sollte ein Arzt sein. Nie erreicht. Auf Wiedersehen. Ich liebe Sie. Die Helden aus der Disney-Time sind nicht zu bremsen.